Hi zusammen. Hier ist wieder Tobi von den Nerds. Und heute nehme ich euch mit auf eine meiner ersten Runden auf dem RE1. Ja, dieser wurde in Berlin-Brandenburg und Sachsen-Anhalt ja zum Fahrplanwechsel 2022 von der DB an die ODEK übergeben. In dieser Folge starten wir in Frankfurt-Oder und fahren mit Zwischenhalten unter anderem in Fürstenwalde, Fangschleuse und Erkner sowie Berlin-Ostkreuz und Ostbahnhof und dann über die Stadtbahn bis zum Berliner Hauptbahnhof. Dort hatte ich in dieser Schicht nämlich Pause. In diesem Film habe ich mal eine zweite Kameraperspektive für euch ausprobiert. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob euch das gefällt und ob ihr davon mehr sehen wollt. Da die Strecke für mein EVU brandneu ist, habe ich diesmal auf weitere Kommentare verzichtet. So könnt ihr, so wie ich, ganz in Ruhe das erste Teilstück genießen. Natürlich versuche ich auch die restlichen Teile und auch die Gegenrichtung für euch einzufangen. Aber jetzt geht's erstmal los. Der Fahrdienstleiter hat die Ausfahrt bereits gezogen. Ausfahrt mit 40 kmh. Viel Spaß! speeding, so praktisch sind! Guten Morgen, sehr geehrte Fahrgäste, das Team der Ostdeutschen Eisenbahn begrüßt Sie im RE1 auf der Fahrt von Frankfurt oder nach Brandenburg Hauptbahnhof über Berlin Hauptbahnhof und wo schien eine angenehme Fahrt. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ASB Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Ausstieg in Fahrtrichtung Ausstieg im Fahrtrichtung Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist das Spiel. Das ist die Runde. A.S.B. So kann ein Pfloson, so kann ein Pfloson. Nächste Station, Berlin-Ostkreuz, Nächster Abo, Berlin-Ostkreuz, Ausstieg in Fahrtrichtung links, Exit Tunnel 11, Zugverein Plusung, Zugverein Plusung, FB. Ausstieg, Berlin-Ostkreuz, Universität Rüster, Ausstieg in Fahrtrichtung, Ausstieg in Fahrtrichtung, από 4,3 18, Nm, Abo, Berlin-Ostkreuz, Ausstieg und Sandakir, Ausstieg bei Fahrtrichtung, Zugverein Plusung, Ausstieg in Fahrtrichtung, Ausstieg auch immer wieder, in Fahrtrichtung, Ausstieg und Ausstieg auf dem Fahrzeug. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020